Aufwecken! Guten Morgen! Hallo! Aufwecken! 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 Wir schneiden das auch gar nicht! Wir posten das! Hey! Ich sag's euch! Ich sag's euch! Muss ich schief halten! Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann! Beste Radnabe würde ich mir kaufen! Zeig mal! So, ich steh jetzt kurz meinen Ronin hier ab und geh mir was zu trinken holen! Wo ist meine Kamera? Was haltet ihr denn davon, wenn ich mit meiner Kamera und so da tief noch die Finger da einfach so eine Zeitraffung mache? Du meinst eine Action Cam von uns? Zutritt verboten! Lebensgefahr! Sowjet! Ja Sowjet, genau! Wir sind hier auf jeden Fall an einem ganz angenehmen Platz! Und ich mach das Autos auch! Weil hier ist Vogelkacke! 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 Ist nicht gefokust, der ist geil! Ja! Ist ja auch ein Golf, kein Fokus! Und zwar habe ich hier... Ich dachte das stimmt! Fokus! Und ein bisschen Wasser! Was schon seit dem letzten Dreh hier drin liegt! Kannst du... Guck mal, guck mal, guck mal! Mach mal weiter! Ja! Willst du das? Filmst du das? Ja! Ist das gut, ja? Ja, ja, ist gut cool! Jetzt die Scheinwerfung! Das Ding ist, ich finde man sieht mich ein bisschen zu wenig in den Videos! Ja, dann film ich doch! Aber Dutch soll das ja eigentlich machen, aber der nimmt ja seinen Kack... Ich versuch gerade mal nebenbei noch ein paar Fotos zu machen! Nice! Ey, 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 ey! Jetzt ist Spike beim Darm, ey! Ja, ey, ey! Mach mal hier halblang! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Also... Paul sendet jetzt... Sein Fünfergolf! Über diese riesige Fläche hier! Wir werden diesen B**** über da! Oh, er geht! Fall aus okay! Ich kann jetzt das... Das ist super easy,uarege stack. Neue denn go! Ach! Du hast Glück gehabt! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.